Hallo und Herzlich Willkommen zum Tag 226 meines legalen Tagebuchs. Das Wochenende steht vor der Tür und ich habe im Garten die Woche eine richtig geile Entdeckung gemacht und ich kann Euch gleich das Video zeigen. Die mich auf Facebook verfolgen, für die baue ich hier einen Link ein, dass es gleich über springen geht oder für die Leute die mein Garten Tagebuch beziehungsweise meinen Garten Sachen nicht interessieren aber ich habe mich tierisch ich sag mal noch nichts ab geht ja meine Feigen werde ich jetzt einfach mal die schwarze ab machen so mal gucken das sieht nicht gesund aus ich will auch so schlecht sieht es gar nicht aus vielleicht war sie doch gut ich bin doof meine erste Feige ich werde bekleppt die ist gut das schwarze ist gar nicht schlecht das ist gut das ist schwarze hier unten nicht aus da sieht alles total schwarz total schlecht geil muss ich gleich rüber gehen Garten noch bei Ergern ich habe eine eigene Feige Ja also ich habe mich total gefreut ich habe tatsächlich in meinem Garten als absoluter Anti Gärtner quasi meine erste Feige ernten können und es sind noch 2 weitere dran und ich freue mich total und wie gesagt ich dachte wenn es so schwarz ist gut wie gesagt aufgrund meiner Farbenblindheit es ist gar nicht so richtig schwarz sondern eher so violett kann man das nicht da ein, aber für mich war das so tief schwarz da dachte ich das Ding ist irgendwie verkümmert aber dass ich jetzt echt tatsächlich eigene Feigen ernten kann finde ich richtig geil und das große Thema soll übrigens sein heute ich habe einen Weizengraspulver getestet oder nicht Weizengras, Gerstengras ich habe ja erst mal generell ich bin eher Weizengras als Gerstengras Fan Gerstengras ist nicht so meins muss ich sagen ich wollte aber das auf jeden Fall mal testen inwieweit die Firma wo ich immer kaufe wie war Nutria das ist Bio Gerstengras vergleichbar ist mit einer deutschen Firma die in Deutschland produziert und die produzieren in China und das ist eine generelle Problematik wo ich mich häufiger frage soll ich das chinesische Produkt nehmen oder soll ich das deutsche Produkt nehmen Das ist beides Bio Gerstengras, das eine in China produziert und das andere in Deutschland produziert und da wollte ich halt wissen weil es ja einen Preisunterschied gibt ob das gerechtfertigt ist und das Video möchte ich euch jetzt zeigen. Ich habe einmal wirklich billigstes Gerstengras Pulver und einmal so quasi das High End Produkt ich verlinke euch das unten auch nochmal falls das jetzt gut ist wenn das nicht gut ist dann brauche ich es nicht zu verlinken dann schade drum also das hat schon ein sehr sehr intensives Aroma nur wesentlich nicht das habe ich ja auch schon verpackt die ganze Zeit dass das Aroma vielleicht ein bisschen weg ist aber ich koste jetzt noch wenig vom Pulver wir erinnern uns an unser letztes Pulver Test Video ich hätte mir vielleicht was zu trinken hinstellen sollen so Gerstengras bin ich nicht so der Fan von mir geht es jetzt um einen Unterschied chinesisches Billig Gerstengras oder deutsches Bio Gerstengras also ich bin ehrlich aber ich versuche mir selbst gegenüber ehrlich zu sein das ist ein Unterschied also ich habe den hier nun bestimmt schon drei Monate aber Vakuum mehr oder weniger Vakuum in so einem Gummiding drin also das ist jetzt frisch aus der Packung aber da ist ein deutlicher Unterschied zu schmecken also wirklich ein deutlicher Unterschied also ich gehe davon aus wenn man einen deutlichen Unterschied schmeckt dass das auch für die Nährstoffe und so weiter mehr bedeutet und es ist ja so ne wenn man billig kauft in China und in Deutschland Deutschland produziert ist die Wahrscheinlichkeit schon höher dass das gut schmeckt ist halt jetzt echt bloß die Frage ob es das werteste Preisunterschied weil es ist ja schon ein großer Preisunterschied aber das muss ich ja nicht entscheiden das müsst ihr entscheiden also ich muss sagen und vor allem das Gerstengraspulver das hier das schmeckt im Gegensatz zu dem also es schmeckt halt unterschiedlich aber das schmeckt mir jetzt auch so es ist jetzt nicht so dass es mir also Gerstengras war ich bisher kein Fan davon und so interessant für Weizengras dann da werde ich bestimmt auch mal Bio Weizengras aus Deutschland probieren und nicht weil ich kaufe mir das relativ billig aus China oder aus irgendwelchen Kinderarbeitsländern und also von daher also meine Empfehlung definitiv oder meine was heißt meine Empfehlung mein Statement mein Statement ist dass deutsches Bio Graspulver also aus Deutschland und Bio einfach eine bessere Qualität hat irgendwie man denkt das selbstverständlich aber ich habe da immer so ich denke China ist auch nicht schlecht ne also es ist einfach so die billigen Herstellungskosten und so weiter aber nein also probiert es mal oder probiert es nicht auf jeden Fall ist es eine bessere Qualität als das andere Gerstengraspulver und was zu beweisen was WZBW was zu beweisen war damit soll es das gewesen sein Ja also meiner Meinung nach ist da schon ein großer Unterschied zu schmecken also wirklich ein großer Unterschied zu schmecken und bei Sachen wo ich jetzt auf den Geschmack nicht so ankomme wie bei Gerstengras weil ich geschmacklich würde ich mich immer für Weizengras entscheiden bloß Gerstengras hat halt wieder ein paar andere Sachen wo Weizengras ein bisschen abschlingt und so ergänzt sich das eigentlich ziemlich gut und von daher tendiere ich halt schon dazu beides quasi zu nehmen und ja bisher habe ich halt einfach immer das billigste Bio genommen oder gar nicht Bio genommen weil ich dachte ja Gras ist Gras und aber ich muss sagen dadurch dass es ja intensiver schmeckt sind wahrscheinlich auch intensiver weil das ja nicht irgendwie mit Geschmackstoffen versetzt ist oder sowas sondern das ist ja reines Gras und das reine Gras schmeckt intensiver also liegt der Schluss nahe dass reines deutsches Gras wahrscheinlich doch besser ist als reines chinesisches Gras das muss aber jeder von sich selber beurteilen weil der Preisunterschied ist schon immens also zwischen 50 und 100% Preisunterschied ist da zugegen das heißt man kann auch einfach die doppelte Menge von dem anderen nehmen das muss jeder für sich selber entscheiden und ich selber bin mir auch noch nicht ganz sicher wie ich mich da entscheide in Zukunft weil ich Gerstengras sowieso nicht so häufig nehme wie Weizengras kommt immer so ein kleines gestrichenes Teeleröschchen mit rein in den Smoothie und von daher wahrscheinlich auch nicht so relevant aber die Leute die natürlich tagtäglich Gerstengras zu sich nehmen ja die müssen sich da wirklich entscheiden Deutsch oder Chinesisches also da kann ich euch nicht helfen aber ich wollte es euch nur sagen es gibt definitiv einen signifikanten Unterschied im Geschmack ja so und von daher gehe ich davon aus auch in den Nährstoffen es halt schade dass man so die Nährstoffe der Produkte zu Hause nicht irgendwie selber testen kann also das eine Idee formt sich ich weiß nicht aber auf jeden Fall weitere Informationen ich habe jetzt mit Prolin aufgehört also zumindest geistig aufgehört körperlich physisch nehme ich es noch weil ich es alle machen will aber ich habe Prolin als Aminosäure ergänzend genommen weil ich dachte dass mein Muskelfaserriss schneller verheilt ist aber nicht der Fall gewesen im Gegenteil jetzt ist er wieder ich habe mal eine Woche ich habe es mal nicht im Tagebuch erwähnt weil ich schon wieder gedacht habe ja dann reißt es wieder auf und so weiter aber die die mich aufs Trava verfolgen haben sicherlich gesehen seit einer Woche tue ich jeden Tag 5km laufen mit Ballengang aber irgendwie habe ich beim letzten Mal wieder der Muskel leicht aufgerissen und wahrscheinlich immer noch nicht ganz verheilt mal sehen ob das jetzt 1-2-3 Tage Pause sind oder ob ich jetzt wieder wochenlang nichts machen kann ich muss das sehen auf jeden Fall Prolin hat nicht geholfen die Information für Euch bringt gar nichts wenn ihr Prolin zu dem kauft um euer Muskelfaserriss besser verheilen zu lassen das mal als Statement jetzt nehme ich als Nahrungsergänzung als Aminosäure nur noch Lysin und bei Lysin bleibe ich auch weil ich habe definitiven Lysinmangel in meiner Ernährung ich könnte natürlich umstellen mit mehr Hülsenfrüchte essen weil ich aber nicht weil ich keinen Bock drauf habe und deswegen wäre ich einfach genau wie ich mein Jodmangel nicht mit Jodtabletten ich habe jetzt Kälbpulver bestellt das was mir Mo empfohlen hat aus Norwegen das habe ich mir jetzt bestellt um mein Joddefizit auszugleichen frühmorgens und Lysin eben um ein Lysin das ist etwas toller am Smoothie du hast ja neben den ganzen Obst und Gemüse was du dir reinballerst in rohem Zustand und viele Vitamine, Mineralstoffe und Proteine und Aminosäuren enthalten kannst du auch die Dinge direkt früh mit dem Pulver in den Smoothie reinhauen wo du genau weißt dass du am Tag ein Problem damit bekommst bei mir ist das jetzt zum Beispiel Lysin und Jod und das ist das coole und dann trinkst du den Smoothie der halt immer geil schmeckt durch das frische Obst und Gemüse und hast im Endeffekt die ganzen Stolpersteine auf dem Weg zur veganen Ernährung hast du im Endeffekt schon geschafft das einzige was du wirklich ergänzen musst als Tablette das ist natürlich das B12 das B12 kannst du halt nicht einfach als Pulver nehmen weil das B12 sehr schlecht vom Körper aufgenommen wird deswegen gibt es ja diese Looch Tabletten in einer x-fachen Dosierung in einer x-fachen Dosierung mehr als die Tagesdosis die du unter die Zunge legst und das man langsam der Körper aufnehmen kann damit der wenigstens auf dieses 1,3 Hundertstel der Konzentration der Tablette kommt also von daher das einzige wo man halt irgendwann mal täglich so ein Bonbon nehmen muss oder alle 2 Tage so eine B12 Tablette ansonsten wie gesagt kommt man mit wenn man irgendwelche Defizite hat und sie nicht mit Ernährung decken möchte einfach weil ja einfach keinen Bock hat so wie ich zum Beispiel ich habe keinen Bock auf Lysin und wenn ich Bock auf Lysin habe dann esse ich Lysin aber meistens habe ich halt keinen Bock auf diese Lebensmittel und ja deswegen mache ich es mir dann einfach und nehme halt einfach die reine Aminosäure zu mir und damit habe ich das Problem gelöst und ja das ist der aktuelle Stand Prolin ist abgesetzt weil es nicht gebracht hat Prolin habe ich nicht aus Mangelzustand genommen weil ich erhofft habe dass das irgendwie was bringt ähnlich wie das Kreative habe ich auch gehofft dass das was bringt beim Kreativen bin ich mir allerdings noch nicht ganz sicher also das nehme ich halt nicht immer aber wenn ich es nehme dann schaue ich und überlege wie fühlt sich das an das mache ich immer wenn ich einen Tag ein bisschen Krafttraining mache und ob ich da irgendwie Leistungszuwachse oder ob die Muskeln besser wachsen oder sowas ich habe das schon mal eine Woche genommen und hatte den Eindruck das hat echt geholfen und das habe ich mal wieder nicht genommen um halt auch immer hin und her zu schauen damit ich mir das nicht einbilde das ist so schwer das zu unterscheiden für den Menschen was bildet er sich ein und was ist tatsächlich ein Effekt und bei den Prolin bin ich mir jetzt sehr sicher und ja das soll es folgt gewesen sein ich wünsche Euch einen wunderschönen Sonntag heute kommt noch ein sehr sehr kurzes aber richtig geiles Rezept was ich sozusagen spontan einfach mal als Information euch mit auf den Weg geben möchte da ich aber das Rezept wirklich so geil finde auch wenn es total einfach ist habe ich ein extra Video draus gemacht und ja ihr könnt Euch drauf freuen Ich esse es in letzter Zeit und wenn ihr seht was die Zutat ist und ihr seht dass ich das esse dann werdet ihr wirklich ins Krübeln kommen und sagen hm das muss wirklich ziemlich geil sein und auf jeden Fall ja damit möchte ich es verlassen wirst es heute im Laufe des Tages sehen oder wenn ihr irgendwann die nächsten Tage reinschaltet in meine Rezeptsektion wird etwas Neues sein es ist eine Süßspeise Machts gut Euer Christian Schönes Wochenende Und wer immer noch nicht genug von mir bekommen kann und sich zu Tote christianisieren möchte der hat natürlich hier unten die Möglichkeit mir bei meinen anderen Projekten zu folgen und das zum einen natürlich meine Homepage wo quasi die Quintessenz aller Youtube Videos und Facebook festgehalten wird in den veganen Säulen die ich mir sozusagen aufgebaut habe bei Facebook tue ich meiner Leidenschaft Freunden Fotos zu schießen und ein paar persönliche Dinge preiszugeben desweiter natürlich die Playlists bei Youtube ich empfehle da vor allem das Wissensarchiv wo wirklich der pure Content drin ist ohne Laberei wo es einfach nur um Wissen geht dann natürlich die Rezension Produkte kaufen oder nicht kaufen das findet in Rezension Rezepte selbst erstellt oder getestet und natürlich nicht zu vergessen mein Tagebuch wo meine persönlichen Gefühle des Tages verarbeitet werden ich wünsche Euch viel Spaß mit Christian zu sehen &